Guten Abend miteinander. GOB setzt sich seit langem schon für eine gesunde Ernährung ein und darum werden auch alle Produkte streng kontrolliert. Auch das Middigemüse macht hier keine Ausnahme. Der Anbau, die Verarbeitung und das Endprodukt werden vom GOB-Labor ständig überwacht. Schon vor dem Ansehen sind GOB-Fachleute auf dem Feld und nehmen Bodenproben zum Untersuchen mit. Während dem Wachstum und vor der Ernte wird das Gemüse sorgfältig kontrolliert. Und so kommt garantiert nur frisches Gemüse von der allerbesten Qualität direkt vom Feld in Produktion. Nährstoffe und Vitamine bleiben dank dem schnellen Abfüllen und dem schonenden Sterilisieren voll erhalten. Und das GOB-Labor prüft mit modernsten Analysen, ob keine unerwünschte Fremdstoffe aus der Umwelt enthalten sind. Zur Zeit können Sie übrigens bei GOB verschiedene Middigemüsekonserven zu besonders vorteilhaften Aktionspreisen einkaufen. Ein wichtiges Ziel der GOB-Fachleute ist die Reduktion des Salzgehalts in den Nahrungsmitteln, weil man im Allgemeinen zu viel Salz, vor allem in versteckter Form, zu sich nimmt. GOB bietet Ihnen darum jetzt verschiedene Middigemüse auch salzlos an. Die ungesalzenen Middigkonserven sind im Geschmack mit frischem Gemüse vergleichbar und Sie können sie dann je nach Lust und Laune selber würzen. Die besten Produkte für die tägliche Mund- und Zahnhygiene finden Sie bei GOB jetzt in einer grossen Auswahl. Der doppelte Schutz vor Karies bietet Colgate Fluor plus Mineral. Neben der normalen Zahnpasta gibt es auch ein minziges, frisches Schäl. Dentalux Zahnbürste werden von Universitätsinstituten empfohlen. Bei GOB gibt es fünf verschiedene Modelle. Die Roll ist ein erfrischender, zuckerloser Kaugummi. Er wird mit Xylit gesüsst und ist garantiert nicht Karies erzeugend. Belldent Fluor schützt vor Plak, Karies und Zahnfleischproblemen. Das Odolmund-Wasser wirkt auch dort, wo die Zahnbürste nicht mehr herkommt und gibt einen sympathischen Atem. Und der Kukiden 2-Fasenschnellreiniger für die dritten Zähne bekämpft schädliche Bakterien intensiv. Stilgasserollen und Bratpfannen finden Sie jetzt bei GOB zu absoluten Tiefpreisen. Die Bratpfanne mit dem bewährten Silverstone-Antihaftbelag ist besonders widerstandsfähig gegen das Verkratzen. Und die Stilgasserollen aus rostfreiem Edelstahl mit dem extra starken Aluminiumboden ist für Gas- und Elektroherd geeignet. Und jetzt geht es bei uns gerade weiter mit dem Kochen. Wir schalten darum um in die Studioküche. Guten Abend miteinander. Bei GOB gibt es jetzt wieder ein grosses Angebot an schmackhaftem Wintergemüse. Darum unser Vorschlag ist ein Röseliköleidopf. Zuerst eine gehackte Ziebeleidopf im Öl dämpfen. Röseliköle und fein geschnittene Riebeli mit dämpfen. Mit Bouillon ablöschen. Mit Salz, Pfeffer und Muskelnuss würzen. Und dann auf kleinem Feuer, zudeckt 20 bis 25 Minuten, lassen wir gar kochen. Während der letzten 5 Minuten ein Päckchen Maroni mit dem Gemüse mitkochen. Und ganz zum Schluss in Streifen geschnittenen Schinken, die wir im Anker kurz angedämpft haben, unter das Gemüse mischen. Wenn Sie das Rezept von diesem winterlichen Röseliköleidopf interessiert, steht es ja in der GOB-Zeitung. Einen guten. So viel für heute aus dem GOB-Mittwochstudio. Und jetzt achten Sie bitte noch auf GOB-Sonderangebot und weiterhin noch einen schönen Abend. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOB ein Pack mit zwei Nachfüllbeuteln Inkarom. Statt 10,50 Euro gibt es nur 8,50 Euro. Die Orina-Sonneblumenöl steht 6,60 Euro, nur 5,75 Euro. Jede Taubenzabenstatt gibt es jetzt 50 Rappen günstiger. Tiefgekühlte, ausländische Boulé, das Kilo steht 5,10 Euro, jetzt nur 14 Euro. Alle GOB-Jogurte im 180-Gramm-Becher sind jetzt 10 Rappen günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, Brüsseler Chikoré, den Beutel an 500 Gramm, nur 210 Euro. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017